Hey Leute, Hallöchen und herzlich willkommen bei Pandido Gaming mit mir, dem Otto und unserer App Minion Rush. Und jetzt geht's mal weiter. Ich dachte zwar, ich mach die 5 nochmal, aber hey, neu ist immer besser. Und darum fangen wir, äh, machen wir direkt mit der 7 weiter. Ach ja, ach Gott, laufe 30 Sekunden lang. Das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem für uns. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich muss mich konzentrieren und dann schaffen wir das auch, Freunde. Also, 30 Sekunden laufen, das ist ein Klacks. 6 und anderthalb Minuten, glaub ich, oder eine Minute für die zweite Frucht und irgendwas mit 2 Minuten für die dritte. Also, 3 ist wie immer das Ziel, ganz klar. Ich geh immer auf den Rekord. Oh, geil, ein Sauger. Okay, wir haben einen Staubsauger, Bananensauger meine ich. Dann können wir ja locker mal den Minion mitnehmen. Der Sauger, der ist richtig cool. Doch, auf jeden Fall. Der macht was her, der Sauger. Ja, und es gibt noch so viele Ausrüstungsgegenstände und Waffen und, oh, was es da nicht alles gab, Leute. Und, oh, oh Gott. Und der Sauger war gerade mal das erste und es gibt so viele davon, ne. Also, dieses Spiel kann man auf jeden Fall gut lange spielen und man hat dauerhaft was davon, weil man immer was Neues freischalten kann. Von daher, ziemlich tolles Spiel. Ich find's echt cool. Also, es ist eine schöne App. Die macht richtig Bock. Wenn ihr da, also, wenn es euch gefällt, ich kann euch nur raten, ladet sie euch runter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob sie was kostet. Glaube aber nicht. Und ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß damit haben. Sie macht schon richtig Spaß. Okay, oh, wir haben unser Unverbesserlich-Level erhöht. Um 2, also um 1 auf mal 2. Und ich glaube, dass jetzt jede Banane doppelt zählt. Daher. Oh, das war knapp. Das war knapp. Es wird jetzt langsam schneller, Freunde. Und der Otto, der muss sich noch mehr... Nein, so kurz. Nein, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. 10 Sekunden. Och, Leute. 10 Sekunden. Aber gut, wir haben das Level geschafft. Auch wenn ich wirklich toll... Na toll, ey. Oh, was gibt's denn hier? Rutsche dreimal durch Hindernisse durch. Gut, machen wir. Rutschen, Kleinigkeit. Naja, es hat schon alle seine Schwierigkeit, auf jeden Fall. Was? Jedes Rutschen zählt doppelt. Oh, Rakete verbessert deine Leistung. Gratis. Okay. Ja, nehmen wir da natürlich. Wenn's gratis ist, nehmen wir mit. Einmal Rutschen zählt also doppelt. Das heißt, wir müssen nur fünfmal rutschen, um den Highscore hier zu bekommen. Die drei Früchtchen. Na, lässig. Okay, dreimal... Äh, fünfmal rutschen. Viermal. Jawohl. Und drei. Nur noch dreimal rutschen, Leute. Dann ging das Level doch recht... Fo... Äh, Fo... Fox. Oh, Raketen. Was? Nein! Och, Leute, ich will euch das erklären. Da kamen gerade Raketen an. Und ich dachte, die sind gut. Weil wir eben eine Rakete, Gratis-Rakete bekommen haben. Dachte ich, die sind gut. Nehmen wir die mal mit. Ähm. Nehmen wir die mal mit. Und kriegen dann wieder Gratis-Sachen. Oh, nein. Gefrierstrahl. Aktivieren für. Bananen. Okay, machen wir. Zerstöre zwei gefrorene Objekte. Aber, hey, Sekunde mal. Hey, stopp, stopp, stopp. Das möchte ich gerne nochmal machen. Das sehe ich hier überhaupt nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Das machen wir nochmal. Jetzt haben wir zwar... Leider den Doppelt-Bonus nicht mehr. Wir könnten ihn aktivieren. Seht ihr? Für 40. 40 haben wir aber nicht mehr. Müsste man kaufen. Das will ich nicht. Brauchen wir auch nicht. Äh, jetzt müssen wir leider natürlich... Zehnmal rutschen. Nicht nur fünfmal. Aber egal. Wir kriegen das hin. Ich konzentriere mich. Zack. Okay, zwei. So, jetzt konzentriere ich mich. Ich will es schaffen. Ich... Da sind die blöden Raketen. Ja, toll. Wie die mich abgelenkt haben. So was doofes. Oh, jetzt zwei Rutsche hintereinander. Sehr gut. Sehr gut. Zack. Wuhu. Und nochmal. Wuhu. Wuhu. Wo kommen jetzt so viele Raketen? Das ist doch ein wenig irritierend, Leute. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Äh. 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 Jetzt muss ich ja den Raketen und, äh, auch noch zusätzlich, auch noch die Raketen ausweichen. Na, toll. Oh, da war ein Bananensauger. Aber gut. Zack. Oh, jetzt... Oh, Leute. Es sieht ziemlich kompliziert hier gerade aus. Wie viel braucht man denn noch? Ich kann gerade nicht gucken. Jetzt kann ich gucken. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes. Alle Früchtchen gesammelt. Yes. So gefällt mir das vorne. So gefällt mir das. Wuhu. Okay. Komm runter, Otto. Alles gut. Alles gut. Okay, weiter geht's. Hier haben wir einen Gefrierstrahl. Zerstöre zwei gefrorene Objekte. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Da bin ich gespannt. Ich beginne mit dem Gefrierstrahl. Ja, mach ich. Okay, was... Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Wir müssen den jetzt erstmal finden, glaube ich. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ne? Was so passiert. So, sehe ich ihn schon irgendwo? Nein. Da ist er. Ah, nee. Das ist der Dings. Das war der Bananensauger. Auch nicht schlecht. Aber wir brauchen den Gefrierstrahl. Oder wie, oder was. Den müssen wir doch auch finden, wahrscheinlich. Zack. Ich bin hier mitgenommen. Wo ist er denn? Ach, ach. Ach Gott. Nein. Nein, 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 nein. Was mache ich? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Noch zwei Objekte zerstören. Zerstören? Aber wie denn? Ich hatte doch gar keinen Gefrierstrahler. Hä? Zerstöre zwei gefrorene Objekte. Wir beginnen mit dem Gefrierstrahl. Wir beginnen mit dem Gefrierstrahl. Ups. Nein. Bitte weiter. Ja. Sehr gut. Ne, hä? Ich bin leicht verwirrt, Freunde. Wisst ihr, was zu tun ist? Ich habe hier keinen Gefrierstrahler gesehen, den ich mitnehmen kann. Was sind denn gefrorene Objekte? Okay, ich achte jetzt mal auf etwas, was gefroren aussieht. Oder wie ein Gefrierstrahl. Aber noch erkenne ich hier nichts. Hä? Wo ist denn mein Gefrierstrahler? Bin ich gerade... Verstehe ich das gerade nicht? Leute, was sind denn hier bitte gefrorene Objekte? Und wie kann ich sie zerstören? Wenn ich jetzt mir mal diese ganzen Raketen angucke... Sind die gefroren? Nein. Oh, was haben wir hier? Oh, das war... Ne, das war das Bandanending. Das ist schon mal nichts. Hä? Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was sind denn hier bitte gefrorene Objekte? Ich laufe jetzt einfach mal gegen irgendwas, gegen was gefroren aussieht. Hä? Äh, das hier. Nein. So geht es nicht. Okay, dann bin ich doch gerade ein bisschen überfragt. Hä? Ich bin überfragt, Leute. Ich werde mir das nochmal angucken für den nächsten Part. So lange du dir das Kostüm benutzt, da schmettert der Gefrierstrahl Hindernisse. Hä? Der Gefrierstrahl? Ja, den brauche ich. Habe ich den vielleicht noch gar nicht? Äh. Ich bin... Ne, warte mal. Ich schaue mal kurz in den Shop. Goldene Banane. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Was ist das hier? Bananen? Könnte man kaufen, braucht man nicht. Fundgrube? Nein. Requisiten. Gefrierstrahl? Ne, ich meine, das muss ja auch in dem Level erhältlich sein. Man muss diesen Gefrierstrahl auch erstmal freischalten, habe ich gesehen. Hier, das ist er. Aber, aber... Wie? Bitte schön. Können wir ihn freischalten? Ja, das ist er. Ja, 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 ja. Ähm. Wie geht es? Wie geht es? Nein. Nein. Äh. Ja, das ist er, verdammt. Äh. Entschuldige meinen Fluchen, aber hey, ich verstehe es nicht. 50. Wir müssen das kaufen? Nein, das kann nicht sein. Beginne mit dem Gefrierstrahl. Sekunde mal. Sekunde mal. Wir kriegen den Gefrierstrahl hier nicht. Das, was ich sehr, sehr seltsam finde. Wir schauen mal, ob es den hier für Bananen vielleicht gibt. Äh. Gefrierstrahl. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, hier ist er schon mal nicht. Requisiten, Elemente. Gefrierstrahl. Haha. 2500 Bananen kostet der. Ja, okay. Das haben wir ja gleich. So läuft die Sache hier ab. Alles klar. Dann versuchen wir mal Level 5. Da haben wir ja ohnehin erst wenig, also erst ein Früchtchen. Dann sagen wir mal in dem Level noch ein paar Bananen. Und zwar genau 21. Und dann haben wir, ähm, unsere 2500 Bananen. Und können den Gefrierstrahl freischalten. Das finde ich natürlich ein wenig seltsam, muss ich sagen. Oh, was ist denn hier? Jetzt ist ja Segen. Das ist aber neu. Oder was? Das ist ja neu. Okay, hier der Bananensauger. Der kommt uns gerade recht. Aber nein. Den können wir sehr gut gebrauchen. Oh, hier sind ja neue, neue Unheimlichkeiten in diesem Level. Seit wann sind denn hier bitte Kettensägen? Die waren noch vorhin noch nicht. Oh, da täusche ich mich. Box. Was ist das denn? Boxhandschuhe. Was ist hier los? Leute. Was ist hier los? So viele Sachen hier in diesem Level. Oh. Bam. Bam. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah. Ja, da hätte ich gerade springen müssen. Ich habe es gesehen. Ähm. Hä? Achso. Ne, schon gut, schon gut. Schon gut. Aber wir haben zwei, äh, eine neue Frucht erhalten. Das ist gut. Mh. Marmeladenlabor. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt genug Bananen bekommen haben. Äh. Haben wir. Sekunde. Muss in den Shop. Hopp. So. Wo ist er? Wo ist er? Gefrierstrahl. Jawohl. Boom. Alles klar. Wir haben den Gefrierstrahl. So. Zurück. Und jetzt denke ich, können wir Level 9 absolvieren. Mit Gefrierstrahl. Was es deutlich einfacher macht. Als ohne. Denn darum geht es ja immerhin. Also ich, ich. Könnte mir das jetzt nicht anders erklären. Wenn der Gefrierstrahl jetzt nicht hier als Item auftaucht in dem Level. Dann. Verstehe ich es einfach nicht. Ich verstehe überhaupt schon mal nicht, dass der nicht auftaucht. Ohne, dass wir den kaufen müssen. Wenn das Level nur mal davon handelt. Kann ich nicht verstehen. Ähm. Aber vielleicht. Weiß ich nicht. Habe ich was falsch gemacht oder so? Ich denke aber eigentlich nicht. Aber ich. Na gut. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall gekauft. Der muss ja jetzt da sein. Okay. Achten wir mal drauf. Gefrierstrahl. Hä? Ich möchte ihn wenigstens einmal sehen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist dieser Gefrierstrahl? Ah. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Noch zwei Objekte zerstören. Ja, ja. Ja, das ist mir klar. Nee. Ich hab ihn. Da rechts. Ich glaub da war er. Oder? Oder? Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Nein, weil ich's mir so sehr wünsche, dass er da ist. Aber ich glaube, der war da grad. Ja, das ist er. Also ich hoffe, er nimmt ihn jetzt mit. Ansonsten kann ich das Level nicht absolvieren. Beginne mit dem Gefrierstrahl. Ich muss den doch wohl nicht kaufen für... Also ich meine, wir haben den ja eben schon... Ich glaube, wir haben ihn ja eben geupgradet. Für fünf... Äh, für unsere Bananen. Der war, glaub ich, schon auf Level 1. Wir haben ihn jetzt nur auf Level 2 gebracht, dass er mehr Sekunden lang einfriert. Aber das ist nett. Das wär natürlich wirklich mies, könnte man fast sagen. Wenn, äh... Man den wirklich mit echtem Geld kaufen muss, nur um das Level absolvieren zu können. Das wär ziemlich mies. Aber gut. Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, ich finde ihn ja noch. In diesem Level. Noch seh ich ihn nicht. Er ist blau. Da können wir mal drauf achten. Er ist blau. Woppa! Seh ich? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Nein. Jetzt kommt erstmal die Röhre hier. Ab in die Röhre! Okay, ich schätze mal, er hätte schon mal kommen müssen. Also. Woppa! Von daher... Ich bin gespannt, ob wir ihn noch erwischen. Da war der Staubsauger, der Bananensauger. Den brauchen wir nicht. Nein, Freunde. Wisst ihr was? Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich noch nicht freigeschaltet für dieses Level. Und das finde ich wirklich ziemlich mies, muss ich sagen. Das Level kann man also nur schaffen, wenn man ihn kauft. Das ist ziemlich mies, wenn es so ist. Und ich werde ihn bestimmt nicht für echtes Geld kaufen. Wir können höchstens noch mal... Boah, das war knapp. Wir können höchstens noch mal gucken, ob man den für irgendwas anderes... Also ob wir diese Marken da oben, diese 10, die wir jetzt haben, durch etwas anderes erhöhen können. Denn wir brauchen 50 für den Sauger. Jetzt verbinden... Okay, wir könnten uns mal easy mit Facebook verbinden, dann kriegen wir das. Vielleicht mache ich das da nach dem Part. Obwohl ich das wirklich ziemlich mies finde, wenn es so ist. Wenn ich hier irgendwas übersehen habe, dann sagt es mir gerne. Ansonsten... Okay, hier... Hier, den haben wir nämlich nur geupgradet. Auf Level 2, seht ihr? Das war gar nicht... Das war gar nicht... Wir müssen den erstmal freischalten überhaupt. Okay, wie kriegt man denn hier Münzen? Äh, diese Dinger. Marken, aha. Marken kriegen wir tatsächlich nur durch Geld. Hm, das ist ja... Das ist... Ziemlich mies, finde ich. Ziemlich mies. Dass wir das Level gar nicht schaffen können. Wir brauchen... Das Teil. Ja. Wir brauchen das Teil. Na gut, Leute. Dann, äh, um die App beenden zu können, werde ich mich gleich mal mit Facebook verbinden. Und kriegen dann die Marken für den Sauger und dann... Ähm, den Freezer. Und dann kann es erstmal überhaupt erst weitergehen. Und ich habe mich jetzt mal mit Facebook verbunden. Habe mir 50 Marken gesichert. Und werde jetzt hoffentlich... Zack. Diesen Sauger aktiviert. Haha. Diesen, ähm... Quatsch. Diesen Sauger. Diesen Freeze... Äh, Gefrierstrahl meine ich. Hier ist er auch schon. Verwenden können. Na, endlich. Okay. Ich find's... Ich muss sagen... Ich find es ein bisschen mies. Muss ich sagen. Denn... Man kann dieses Level tatsächlich nur spielen, wenn man sich den Sauger kauft, der entweder echtes Geld kostet, oder sich... Äh, man muss sich... Man muss irgendwas dafür tun. Man muss sich verbinden mit Facebook. Man muss dies und das machen oder so. Dann kriegt man Marken. Mit diesen Marken kann man überhaupt erst den Sauger kaufen, der dafür... Äh, der unbedingt notwendig ist, um überhaupt weiterspielen zu können. Und das find ich, wie gesagt, ein bisschen mies. Das war vorher auch nicht so. So, wir haben ja den Bananensauger zum Beispiel, den wir auch für ein Level brauchten. Den haben wir ja auch einfach so bekommen. Weil wir den nun mal für das Level brauchen. Und hier ist es nicht so. Und das ist ja... Ja, wie gesagt. Ich find's nicht toll. Aber gut. Mit Facebook anmelden geht ja gerade noch. Ich werd's auch später auf jeden Fall wieder rückgängig machen. Aber immerhin kommen wir jetzt erstmal weiter, nicht wahr? Und wir bräuchten noch einen Sauger. Das wär ganz toll. Und wir noch die anderen Früchte... Ah, nein, das war der Sauger. Ach, Mensch, ich sag immer Sauger. Ich meine den Freeze-Strahl, mein ich natürlich. Wir bräuchten noch einen. Acht Stück bräuchten wir für drei Sterne. Äh, für drei Früchtchen, mein ich. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Freezer. Komm schon, wo ist er? Wo ist er? Ich brauch noch einen. Ich brauch noch einen. Wuhu! Hoch hinaus. Und nochmal. Oh, wir fahren hier auf ganz seltsamen Strecken. Ah. Wow. Okay, das war knapp. So, wo? Okay, okay. Andere Kameraperspektive. Interessant. Sehr interessant. Oh. Oh, das macht's nicht leichter. Das macht's nicht leichter. Okay, okay. Ah, ah. Okay, wir haben ihn. Ah, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Oh, was geht ab? Okay, ja, wir haben's geschafft. Mein Gott, war das grad schnell. Ich bin ja froh, dass alles geklappt hat. Hm. Okay. So, jetzt da wir hier verbunden sind mit Facebook, sehen wir auch immer irgendwelche anderen Ergebnisse. Da lege ich jetzt keinen Wert drauf. Ich will eigentlich nur das Spiel schaffen. So, was müssen wir jetzt wieder kaufen? Nein. Bewirb Vector mit zwei Drohnen. Zwei Drohnen. Ähm, okay. Probieren wir mal. Ich hoffe, es geht. Okay, wir müssen schon mal nichts dafür... Doch. Nein, wir müssen nichts dafür kaufen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das lässt vermuten, und ich hoffe, es ist stark, dass wir die Drohnen, die wir gleich brauchen werden, hier einfach schon finden im Level. Und nichts dafür kaufen müssen. Das fände ich wirklich ein bisschen unverschämt, muss ich sagen. Vor allem davon ausgehend, dass die App ja sich generell an Kinder richtet. Und man kann ja nun nicht davon ausgehen, dass sich jedes Kind direkt irgendwas kaufen kann. Oder sich mit Facebook verbinden kann, weil es vielleicht noch gar kein Facebook besitzt. Oder keinen Account besitzt. Ähm, ja, darum finde ich das ein wenig unverschämt. Aber, okay, Drohnen. So, wo finde ich jetzt hier eine Drohne? Victor. Victor ist... Ich sehe gerade da unten, wie Victor aussieht. Okay, das hilft mir jetzt erstmal noch nicht. Denn wir brauchen irgendwie eine Drohne. Okay, oh, Bananensauger, cool. Das ist cool. So, wo ist Victor? Huch! Oh! Okay. Da ist er. Victors große Drohnen. Zu groß, um da rüber zu springen. Zu dumm, um die Spur zu wechseln. Ich streiche an links oder rechts, um ihn auszuweichen. Ähm, wie jetzt? Also, da kommt die Drohne an und ich muss ihr ausweichen. Aha. Victors kleine Drohnen haben keine Chance gegen dich. Bewurf mit ihnen nach Vector, um sein Schiff zu zerstören. Aber wie? Ah, achso, ich muss draufklicken. Aha. Okidoki. So, großen Ausweichen, kleine benutzen, um ihn zu zerstören. Und wir müssen ihn zweimal mindestens zerstören. Sind das große oder klein? Das ist ein großer, okay. Auch ein großer. Große, alles große. Gib mir eine kleine. Komm schon. Ja, ist eine kleine. Ah, nein. Ich Idiot. Entschuldigung, aber ich muss ja draufklicken. Oh, nein. Oh, nein. Ich muss ja draufklicken. Okay. Okay, aber cooles Level. Cooles Level, das können wir nochmal machen. Müssen wir sogar. Wir haben es ja nicht geschafft. Okay, das macht Spaß. Gut, dass ich jetzt erstmal rausbekommen habe, wie es geht. Das hilft immer, muss man sagen. Okay. Nochmal. Auf zu Vector. Vector heißt ja nicht, Vector. Vector. Also, ich muss gestehen, zu meiner Schande, dass ich die Minions, also den Film, meine ich, überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe bisher, glaube ich, keinen Minion-Film gesehen. Ich habe Minion-Bettwäsche, interessanterweise. Ich war zu Weihnachten geschenkt bekommen, warum auch immer. Aber, äh, ich habe noch keinen Film gesehen. Aber das Spiel auf jeden Fall, das macht Spaß. Das kann man schon mal sagen. Und von daher weiß ich auch nicht, wer Vector ist. Oder Vector. Oder Vector. Ich weiß nur, ja, eigentlich weiß ich gar nichts. Ich weiß jetzt, wie ein Minion heißt. Und zwar, Dave. Und das war's eigentlich. Naja. So, hier, Vector. Alles klar. Zwei Vektoren. Das ist ja wohl kein Problem, Leute. Kein Problem. So, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Wir brauchen eine kleine Drohne. Nicht klein, nicht klein. Ah! Klein. Oh, nein! Nicht erwischt. Die kommt aber auch enorm schnell uns entgegen, gell? Meine Herren. Mensch. Vector, ja, er ist Vector. Okay. Gut. Noch eine Runde. Eine Runde schaffen wir noch. Komm, Otto. Ja, komm, wir machen das. Wir machen das. Wir reißen uns jetzt hier zusammen. und kriegen das gebacken. Vector. Zwei Stück. Mein Gott, das ist doch nicht schwierig, Otto. Komm schon. Oh, Bananen-Torge. Sehr gut. Ich steh auf dem Bananen-Sauger. Juhu, so viele Bananen. Saug, 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 mein Freund. Saug, saug, saug. So, wo ist Vector? Spring, Minion! Wo ist Vector? Gleich auf der langen Geraden. Da kommt er wieder. Oh, ja! Wow. Okay, hier kommt er. So. Ich muss dieses kleine, blöde Ding anklicken. Hi, that's me. Da ist er. Zack, na, geht doch. Noch ein, hier. Schluck das. Haha. Das war gut. Das war ein sehr, sehr guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang. Zack, schluck das. Okay, komm, gib mir mehr. Gib mir mehr, Kumpel. Zack. Haha. Die Siege Vector zum ersten Mal. Yeah. Oh, einer fehlt nur noch. Für den Highscore. Okay, den schaffen wir noch. Freunde, den schaffen wir noch. Ah. Falsche Taste gedrückt. Wah. Jawohl. Boom. Okay. Bestes Ergebnis hier. Yeah. Leute, wir gehen ab. Oh. Oh. Uh, runter. Komm, eine Vector-Szene. Wir brauchen noch einen Vector, äh, eine Vector-Szene sozusagen. Minion. Okay, okay, komm. Ich brauch Vector. Für den Highscore. Oh, Leute, es ist so kompliziert. So viele Dinge hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon, Vector. Ja, hier. Hier kommt er, oder? Ja, okay, komm. Einen noch. Gib mir eine kleine Drohne, Kumpel. Dann haben wir dich. Hier. Nein, 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 nein. Nein. Oh, Drohne. Bam. Yes. Yes, Leute. Yes. Oh. Gott. Geschafft. Ui, anstrengend. Anstrengendes Level, Leute. Aber wir haben es geschafft. So. Aktivieren. Äh, okay, jetzt sind wir hier irgendwie am Ende angekommen. Und ich weiß nicht, was hier passiert. Vielleicht ist die App fast geschafft. Aber das finden wir zusammen im nächsten Part raus. Und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da. Schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal und teilt ihn mit euren Freunden. Und sonst sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch wie immer nur das Beste. Macht's gut, Freunde und ciao. 軟Ade Korosset. Vielen Dank.